Profiling Hackers, die Psychologie der Cyberkriminalität. Mein Name ist Mark Tiohofmann, ich bin Kriminal- und Geheimdienstanalyst und forsche und lehre zu den Themen Profiling, Psychopathie und Cybercrime. Wenn Sie Cybercrime oder Hacker hören, dann haben Sie wahrscheinlich so etwas im Kopf. Im Fernsehen, warum auch immer, macht es immer diese Geräusche und man sieht einen 15-Jährigen in einem schwarzen Hoodie vor einem Laptop mit grünem Text. Nun, die Realität sieht etwas anders aus und vielleicht ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, im Fernsehen sieht man nie das Gesicht von Hackern. Sie werden immer ohne Gesicht gezeigt oder von hinten oder mit Maske oder im Dunkeln. Aber man sieht nie das Gesicht. Heute möchte ich Sie symbolisch gesprochen mal demaskieren. Ich möchte über die Profile und Motive von Hackern sprechen. Ich möchte darüber sprechen, wie Sie Psychologie und unsere psychologischen Schwachstellen nutzen, um uns und unsere Unternehmen anzugreifen und was wir tun können, um zur menschlichen Firewall zu werden. Als Profiler interessiere ich mich für Verhalten, für Behavior und ich probiere die Motive und die Profile hinter dem Verhalten zu durchschauen. Denn mit allem, was wir tun, zeigen wir etwas von dem, was wir sind. Mit allem, was wir sagen, zeigen wir etwas von dem, was wir sind. Und mit allem, was wir entscheiden, zeigen wir etwas von dem, was wir sind. Und ja, auch Hacker treffen eine ganze Reihe von Entscheidungen. Sie suchen sich ein Ziel aus, sie suchen sich einen Tag aus, sie suchen sich eine Uhrzeit aus, sie suchen sich eine Methodik aus und oftmals suchen sie auch Worte aus, treffen dort Entscheidungen, indem sie Telefonanrufe tätigen oder Drohmails oder andere Texte schreiben. Und ziemlich oft liegt in den Texten der Schlüssel zum Cyberprofiling und der Schlüssel dazu, um Hacker manchmal enttarnen zu können. Ich will ein Beispiel geben mit dem Wort Behavior selbst. Jemand aus Amerika würde das Wort Behavior höchstwahrscheinlich so schreiben. Jemand aus UK würde das Wort Behavior wahrscheinlich eher so schreiben. Und jemand, der nicht Muttersprachler ist oder ein Idiot, würde es möglicherweise so schreiben. Das heißt, basierend darauf kann man probieren, durch Textanalyse eine Aussage über anonyme Schreiber oder Täter zu treffen. Ja, Hacker sind verdammt schwer zu schnappen, aber sie sind in vielen Fällen nicht ganz so unsichtbar, wie sie glauben. Was kann also ein Profiler, was kann ein Psychologie-Experte überhaupt zum Thema Cybercrime sagen? Nun eine ganze Menge. 90 Prozent, mehr als 90 Prozent aller Cyberattacken gehen auf menschliche Fehler zurück. Mehr als 90 Prozent aller Attacken gehen auf menschliche Fehler zurück. Der Mensch ist also vollkommen klar das schwächste Glied in der Kette der Cybersicherheit. Cybercrime ist nicht nur ein technisches Problem, es ist ein psychologisches Problem. Es ist ein menschliches Problem. Es ist ein Management-Problem. Ja, Computer sind zwar die Waffe, aber die Täter und auch die Opfer sind Menschen. Ich würde es symbolisch oder metaphorisch mal so ausdrücken. Jede Tür ist nur so sicher wie die Person, die den Schlüssel oder das Passwort hat. Das bedeutet, sie können die beste Hochsicherheits-High-Security-Tresortür der Welt haben. Wenn ich sie manipuliere, mir den Schlüssel zu geben, dann ist die Tür nutzlos. Sie können die beste High-Security-Firewall der Welt haben. Wenn ich sie anrufe und am Telefon manipuliere, mir das Passwort zu geben, dann ist auch das nutzlos. Und in der Realität klingt das meist so. Schönen guten Tag, hier ist der technische Support. Frau Müller, haben Sie gerade einen Anhang geöffnet? Nun, Mittwoch 9.30 Uhr. Wer hat da noch keinen Anhang geöffnet? Okay, jemand probiert gerade über Ihren Computer unsere gesamte Firma zu hacken. Bleiben Sie jetzt ganz ruhig. Ich brauche einmal Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort und wir kriegen das zusammen hin. Und wenn die Nummer auf dem Display halbwegs plausibel erscheint, ist es erstaunlich, wie viele Leute das Passwort einfach ausplaudern. Warum hacken, wenn die Leute einem das Passwort einfach verraten? Tatsächlich ist es so, dass die meisten Hacker oder sehr, sehr viele, zumindest die besten Angriffe, knacken nicht die Tresortür. Sie knacken den Menschen, der den Schlüssel hat. Und das nennt man Social Engineering, das Manipulieren von Menschen, um so eine Cyberattacke durchzuführen. Amateurs hack systems, professionals hack people. Das ist ein Zitat von dem Security-Experten Bruce Schneier und er hat verdammt recht. Was weiß man über die Profile und über die Motive von Hackern? Nun, ziemlich oft sieht Cybercrime nicht so aus, sondern eher so aus. Polizei und Nachrichtendienste benutzen gerne den Begriff Crime as a Service. Cyberkriminalität hat sich massiv professionalisiert. Die agieren nicht nur wie Unternehmen, sondern teilweise besser als Unternehmen. Es gibt eine Hackergruppe, die hat sogar eine Pressemitteilung veröffentlicht und ein Mission-Statement, wo sie ihre Werte darlegen, wen sie angreifen und wen er nicht. Es gibt Qualitätsmanagement, es gibt Wertschöpfungsketten, es gibt Arbeitsteilung und kein Scherz. Bei vielen Erpressungstrojanern gibt es einen Kundenservice, an den sie sich wenden können, wenn etwas mit der Zahlung nicht funktioniert. Da merken Sie auch mal, wie dreist die sind und wie verdammt sicher die sich sind, nicht geschnappt zu werden. Crime as a Service. Das bedeutet, wenn Sie als Unternehmen oder als Person gehackt werden, steckt dahinter vielleicht nicht ein 15-Jähriger im schwarzen Hoodie, sondern möglicherweise eine dem Geheimdienst nahe Gruppe oder eine Callcenter-ähnliche Struktur irgendwo in der Welt. Aber selbst die, die für Geheimdienste hacken und auch Crime as a Service, auch Gruppen, bestehen am Ende auch aus einzelnen Personen. Was sind das für Leute? Wir nennen Hacker, die Schlechtes tun, Black Hat Hackers. Also die Cowboys mit den schwarzen Hüten, das sind die Bad Guys, natürlich. Was weiß man über die? Man weiß über sie, dass sie zu einem sehr, sehr großen Teil männlich sind. Mehr als 90 Prozent, die Zahlen variieren. Genau weiß man es nicht. Hell und Dunkelfeld unterscheiden sich stark, aber Cybercrime hat ziemlich klar ein Geschlecht. Es ist ein männliches Phänomen. Was weiß man noch? Sie sind jung. 80 Prozent unter 30. Der Schnitt verändert sich ein bisschen. Eine österreichische Studie sagt, der klassische Hacker, er ist männlich, er ist 34 und er ist alleinstehend. Also, sie sind männlich, sie sind jung. Sie beginnen in einem sehr jungen Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Was für ein unheimliches Potenzial, wenn man das nutzen würde, um es in legale Bahnen zu lenken. Aber nur 6 Prozent lernen es in der Schule, die anderen 94 Prozent an Orten, wo sie es lieber nicht lernen sollten. Sie sind männlich, sie sind jung, sie fangen sehr, sehr früh an. Sie sind nicht unbedingt IT-Cracks und auch keine Informatiker, aber überdurchschnittlich intelligent, gut gebildet. Und 90 Prozent haben keinen niedrigen sozioökonomischen Status. Also junge Männer, denen es eigentlich gut geht. Warum zur Hölle tun sie, was sie tun? Warum machen sie das? Die Motive in absteigender Reihenfolge sind finanzieller Gewinn, Spionage und Spaß. Trolling oder Groll. Wenn ich mir diese Liste an Motiven anschaue, werde ich skeptisch. Denn manchmal muss man nach dem Motiv hinter dem Motiv fragen. Ja, sie tun es für Geld meistens. Aber was ist denn das Motiv hinter dem Geld? Es sind junge, gebildete Männer, die das Leben vor sich haben und eigentlich bestes Potenzial. Wenn die Geld wollen, warum zur Hölle gehen sie nicht ins Investmentbanking oder zu Google? Warum machen sie es nicht auf legalem Wege? Mittlerweile wissen wir, und ich weiß es auch aus eigenen Gesprächen und Forschungen in diesem Bereich, Es ist gut belegt, dass eine Persönlichkeitseigenschaft eine wesentliche Rolle spielt. Und das ist Thrill-Seeking. Sie mögen den Kick dabei. Manchmal nennen wir es auch Challenge to Beat the System. Sie machen es, weil sie es können. Und sie lieben es, das System auszudribbeln. Es ist einfach spannender für sie, es auf diesem Wege zu tun. Anders formuliert, jemand, der schon Bitcoin-Millionär ist und 151 Millionen auf dem Konto hat, Was können sie sich mit 152 Millionen kaufen, was sie sich mit 151 Millionen nicht kaufen könnten? Manchmal muss man nach dem Motiv hinter dem Motiv suchen. Woher weiß ich das? Weil ich nicht nur über Theorie spreche, sondern ich forsche zu diesen Themen und ich führe Gespräche, Interviews mit Psychopathen in der Wirtschaft und auch Hackern mit Personen, die, wenn möglich, nicht im Gefängnis sitzen und auch wahrscheinlich nie ins Gefängnis kommen werden. Warum tue ich das? Damit ich Unternehmen und der Polizei Informationen bieten kann, die in Büchern nicht zu finden sind. Und Thrill-Seeking und Ego spielt immer wieder eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wenn Sie also professioneller Hacker sind, gerade auch die es später auf YouTube anschauen werden, und ich weiß, dass Sie es anschauen werden, Wenn Sie sagen, ich bin einer der Besten meines Medieres und die Polizei und Unternehmen werden mich niemals kriegen, dann wäre ich sehr daran interessiert, gerne auch anonym, mal mit Ihnen zu sprechen. Einer meiner Probanden hat mir Folgendes gesagt. Ich analysiere Menschen. Human Hacking funktioniert im Endeffekt so, wie das Computerhacken funktioniert. Man sucht auch immer Schwachstellen und versucht, diese auszunutzen. Ich bin auf Social Engineering umgestiegen, weil durch Social Engineering, also das Hacken von Menschen statt Computern, kann man mit weniger Aufwand mehr erreichen. Der Mensch ist das schwächste Glied der Kette und es ist einfach aus Sicht der Täter der Weg des geringsten Widerstandes, nicht den Computer zu knacken, sondern uns. Aber wie zur Hölle machen die das? Was sind unsere psychologischen Schwachstellen? Wie funktioniert Social Engineering? Ich will Ihnen dazu eine kleine Illusion zeigen. Für diese kleine Illusion brauche ich lediglich ein Tuch und ich stecke dieses Tuch einmal in meine Hand, mache eine magische Bewegung und dann habe ich ein Ei. Danke Mama. Nein. Dankbares Publikum, aber man muss wahrlich kein Profiler sein, um zu wissen, dass das ein Mitleidserflaus war. Es ist ein simpler Trick, es ist ein Plastikei mit einem Loch drin, aber ich will dies nutzen, um daran ein Prinzip deutlich zu machen und Ihnen eine Lektion in Ablenkung zu erteilen. Ich habe am Anfang das Tuch in meine rechte Tasche gesteckt und das Ei in meine linke Tasche. Dann habe ich ganz auffällig und ganz lange an meiner rechten Tasche rumgefummelt, um möglichst schon früh die Aufmerksamkeit auf das Tuch zu lenken. Das hat mir eine Chance gegeben, das Fake-Ei heimlich mit der anderen Hand zu verstecken. Und dann habe ich Ihnen gesagt, ich stecke jetzt das Tuch in meine Hand. Natürlich stecke ich es nicht in meine Hand, sondern in das Fake-Ei. Und dann kann ich selbstverständlich eine magische Bewegung machen und dann verwandelt sich das Tuch in ein Ei. Nun, wie ich Ihnen gesagt habe... Moment. Sie sind sogar beim zweiten Mal noch beeindruckt. Sehr dankbares Publikum. Aber wie ich gesagt habe, ich will Ihnen eine Lektion zum Thema Ablenkung erteilen. Erklären Sie das. Jetzt dürfen Sie ja. Nun, was ich... Auch das ein simpler Trick, aber was ist eigentlich gerade passiert? Das war eine Illusion in einer Illusion. In der ersten Runde habe ich gesagt, ich zeige Ihnen einen Trick und Sie haben alle hingeschaut wie ein Luchs, um zu sehen, wie der Trick funktioniert. In der zweiten Runde habe ich gesagt, lehnt euch zurück, jetzt erkläre ich, wie das Ganze funktioniert. Und dadurch habe ich Ihr kritisches Denken vollständig eliminiert. In der zweiten Runde waren Sie nicht mehr wachsam, denn jetzt war ich ja auf Ihrer Seite und erkläre, wie der Trick funktioniert. Wenn uns jemand erklärt, wie etwas funktioniert, eliminiert das das kritische Denken und wir achten nicht mehr auf die Details. Das heißt, ich habe Sie getäuscht, während ich erklärt habe, wie Sie getäuscht wurden und das machen Hacker die ganze Zeit. Sie hacken uns, während Sie uns sagen, dass wir gehackt wurden und so schalten Sie unser kritisches Denken vollständig aus. Die typische Phishing-Mail, und es funktioniert leider, sieht ungefähr so aus. Wir haben ungewöhnliche Aktivitäten in Ihrem Bank-Account festgestellt. Klicken Sie jetzt auf diesen Link, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist oder um Ihre Daten zu verifizieren. Nun, in Wahrheit wurden Sie nicht gehackt, aber wenn Sie auf diese Links klicken, dann werden Sie gehackt. Das heißt, Sie hacken uns, während Sie uns sagen, dass wir gehackt wurden. Das Offensichtliche ist manchmal doch die beste Tarnung. Oder auch hier, ungewöhnliche Aktivitäten im Amazon-Account oder meine Lieblingsmasche ist, jemand hat gerade von Ihrem Account einen Gutschein für 250 Euro bestellt und dann ist da ein Link, Bestellung jetzt stornieren. Wunderbar. Und wenn Sie da klicken, dann entsteht erst der eigentliche Schaden. Ich will Ihnen noch ein Prinzip mit auf den Weg geben, wie Hacker uns unsere Psychologie hacken und uns manipulieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der U-Bahn, Montagmorgen, und es wird ein langer, langer Tag. Es ist ein grauer, regnerischer Montag. Und plötzlich steigt Sie ein und Sie werden plötzlich nervös. Sie würden Sie eigentlich gerne ansprechen, aber morgens in der U-Bahn irgendwie weird. Sie schauen doch lieber verlegen aufs Handy und tun so, als würden Sie irgendetwas checken, obwohl Sie es schon während der Fahrt viermal gecheckt haben. Plötzlich wird die U-Bahn voller, Sie kommt näher. Es wäre Ihre Chance, Sie anzusprechen, aber Sie trauen sich irgendwie trotzdem nicht. Die U-Bahn wird noch voller, sie steht jetzt so dicht an Ihnen, dass Sie Sie sogar berührt. Jetzt ist Sie fast schon weird. Und trotzdem trauen Sie sich nicht ganz, Sie anzusprechen. Plötzlich steigt Sie aus, das war es, die Chance ist vorbei. Was war das gerade? Ist Sie ein Taschendieb oder sowas? Sie greifen in Ihre Tasche und in Ihrer Tasche finden Sie einen USB-Stick mit einem kleinen Herz drauf. Was mag da wohl drauf sein? Ihre Nummer? Vielleicht sogar Bilder von ihr? Sind Sie ehrlich, könnten Sie der Neugierde widerstehen, das auf der Arbeit mal anzustecken, um zu sehen, was drauf ist? Nun, das könnte der Beginn sein einer ziemlich destruktiven und millionenschweren Cyberattacke. Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis. Das hat eine Geheimdienstoffizierin vor einer Weile im Guardian gesagt. Female Spies are bloody good and it's partly because of sexism. Wenn Sie an einen Agenten denken, denken Sie an einen Mann, typischerweise. Wenn Sie an einen Spion denken, denken Sie an einen Mann. Wenn Sie an einen Hacker denken, denken Sie an einen Mann. Und das ist einer der Gründe, warum Frauen so unauffällig und so verdammt gut sind in dem, was sie tun. Ein Freund von mir, Ex-BND, Klaus-Dieter Matschke, sagt auch, es wird oft mit weiblichen Lockvögeln in der Wirtschaft spioniert. Ich will es mal so formulieren. Wenn jemand das Gesicht eines Engels hat, fällt es uns zunehmend schwer, darin das Böse zu sehen. Und ja, so manche Escort-Dame namens Svetlana, die naiv tut, ist möglicherweise eine der am besten trainierten Agentinnen auf der Welt. Ja, Agentinnen, die Sex im Namen des Geheimdienstes haben, so etwas gibt es. Das muss Patriotismus sein. Die CIA nennt es Swallows oder Sparrows. Es muss also Schwalben oder Spatzen und ja, es passiert. Und ich sage Ihnen was, gute Spionage ist unsichtbar und sie bleibt auch unsichtbar. Niemand ruft sie danach an und sagt, vielen Dank, Sie wurden gerade ausspioniert und es wird einen Milliardenschaden erzeugen, weil wir alle ihre Pläne haben. Die Firma wundert sich nur, wie drei Jahre später die Konkurrenz im Ausland nur an diese Daten kommen konnte. Niemand bringt das in Zusammenhang mit einem Flirt an der Hotelbar vor dreieinhalb Jahren. Das ist Silk Road. Das war ziemlich lange der größte Darknet-Drogen-Umschlagplatz und das ist der Strippenzieher, der Ober-Drogen-Boss, wenn Sie so wollen, hinter Silk Road. Sorry, aber er sieht aus wie ein Darsteller von Highschool Musical. Ja? Er ist kein Hacker, aber ich will damit sagen, die Psychologie hat gut bewiesen in zahlreichen Studien, dass physische Attraktivität oder Sympathie bewirkt, dass es unser kritisches Denken eliminiert. Das heißt, Hacker nutzen unseren Drang aus, Menschen zu mögen und Menschen zu vertrauen. Manche sehen schlicht zu sympathisch aus, als dass wir ihnen das Böse zutrauen. Das letzte Prinzip, das ich mit Ihnen teilen möchte, ist das Autoritätsprinzip. Wir sind viel beeinflussbarer, wenn wir jemanden als Autorität ansehen. Die Werbung weiß das sehr genau. Das ist die Dr. Best-Fernsehwerbung, ja? Mit der bewährten Dr. Best-Federung. Wir sehen einen älteren Herrn mit Brille und Krawatte und Arztkittel in einem wissenschaftlichen Labor, der ein Experiment macht und die Marke heißt auch noch Dr. Best. Die haben einfach alle Stereotypen, Autoritätssymbole in einem Werbespot vereint, denn Autorität sorgt dafür, dass wir Menschen vertrauen. Wir neigen dazu, Experten und Menschen mit Autoritätssymbolen zu vertrauen. Hacker haben das auch verstanden. Gerne kommt Post vom FBI, angeblich vom BKA, vom Finanzamt, von der Deutschen Bank, vom Zoll oder von anderen Behörden. Auch der arme Günther Jauch wird für so einige Bitcoin-Werbungen und fragwürdige Angebote als Werbefigur verwendet. Das heißt, hier wird das Autoritätsprinzip verwendet, um uns Angst zu machen. Was haben Sie in den letzten Minuten hoffentlich gelernt? Cybercrime ist nicht nur ein technisches Problem, es ist auch ein psychologisches Problem. Hacker spielen die menschlichen Emotionen wie ein Piano. Ablenkung, Sympathie, Autorität, Gier, Flirpen. All das spielen sie wie ein Piano und wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, um uns zu manipulieren. Was können wir also tun, um zur menschlichen Firewall zu werden? Nun, die Cyberabwehrstrategie der meisten Unternehmen sieht so aus, wird uns schon nicht treffen. und ich glaube, wir sind auch gar nicht groß oder interessant genug. Lieber Mittelstand, you are wrong. Es gibt zwei Arten von Unternehmen, die, die schon gehackt wurden und die, die noch gehackt werden. Vielleicht als dritte Kategorie, die, die schon gehackt wurden, aber es noch gar nicht wissen. Früher oder später wird es leider wahrscheinlich jeden treffen. Cybersecurity muss Chefsache sein. Es ist eine Managementaufgabe, dieses Thema im Blick zu haben und sie müssen technisch aufrüsten, alles tun, was möglich ist, aber auch für Awareness, für Bewusstsein sorgen. Und ja, ein Vortrag wie dieser oder ein Seminar wie dieses kann durchaus die Cybersicherheit drastisch erhöhen. Ich will Ihnen nur ein paar Beispiele geben. Wenn Sie morgen jemand anruft und sagt, schönen guten Tag, haben Sie etwa einen Anhang geöffnet? Hier ist der technische Support. Geben Sie mir mal Ihr Passwort. Ich bin nicht sicher, ob Sie es ausplaudern. Wenn Sie einen USB-Stick auf dem Boden finden, ich bin nicht sicher, ob Sie ihn aus Neugierde sofort anstecken. Gerade wenn das Wort geheim draufsteht. Ich bin nicht sicher, ob Sie auf die nächste E-Mail klicken, die angeblich von Amazon kommt und sagt, wir haben ungewöhnliche Aktivitäten im Account festgestellt und ich bin nicht sicher, ob Sie blind etwas ans Finanzamt überweisen, ohne vorher mal zu checken, ob die Kontonummer wirklich dem Finanzamt gehört oder einem x-beliebigen Betrüger auf den Cayman Islands. Ja, Bewusstsein allein, allein es mal gehört zu haben, kann die Cybersicherheit ganz immens erhöhen. Cyber Security ist eigentlich ein todernstes Thema. Aber ich glaube, es darf nicht nur unterhaltsam sein, ich glaube, es muss unterhaltsam sein. In diesem Sinne, mein Name ist Mark T. Hofmann und ich sage Ihnen Danke für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank.